Das sind übrigens die originalen FG Plastikshabrede, ne? Ja. Wenn wir zum Beispiel die Plastikshabrede sind, was als Original ist. Bei mir ist es halt ein Level-Euro-Stahl, das hat er mir noch mitgegeben. Da kaufst du ein Auto für 700 Euro? Dann hast du die Plastikshabrede drin. Toll. Was denn? Ja, ich dachte du machst weiter. Ich hab Pause. Ja, du hast Pause. Das war doch der von letztes Jahr, ne? Beim Kraftwerk, ne? Ja, das ist heiß. Ich muss aber schön heiß hier, ne? Ich weiß noch mit den Anhängern, weißt du? Das war ne Aktion, oder? Ja, das ist die Anhänger hier um die Jacht haben, dann. Ja. Das ist mit dem Kraftwerk, mal weißt? Ja, wo ist denn das Anhänger hier? Ja, was? Ja, ja. Wir haben die Anhänger hier um die Jacht, die wir haben. Ja. 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 Vielen Dank.